ja mich hat so geärgert die beiden typen die auf pascal geschossen haben bei dem einen habe ich zwischen die bäume ganz knapp seinen kopf verfehlen gerade die letzte runde oder was ja ja ich hatte mich auch auf den einen der hat sich nicht bewegt aber dann wollte ich noch mit der pistole dann kam sein kamerad noch von der seite musste ich leider abfahren oder bin ich an den vorbei gerannt und wurde vom hinteren team erschossen ich habe mich gewundert auf einmal fliegt einer geschlagen hat einer geschlagen alter das fährt hier ich habe keine wurstmesser dabei ich habe welche da sind sie ich habe noch kein guter tot der andere ist auch da eine lady ist ein der eine sitzt da bei den hunden einer tod noch weiter ich wollte jetzt gerade zu der rennen doch hier ist noch eine bei mir ja ich weiß die krieg besuch vom imulator hab sie das ist eine kasse und hier ist eine supply box mann die brennen ja alle ja jetzt sind wir drüber gerannt hier ist eine spektrainer will eine spektrainer bornheim kapazität der ist auch wieder so schön stehen geblieben das konnte gar nicht widerstehen so der post ist hier schon gemacht da müssen wir eigentlich runter weil es ausgängiger ist da hat einer eine löschbombe dabei ne 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 leider nicht dann lass uns mal wollen wir kettfisch oder wo wollen wir mal hin mir ist es egal ja mir eigentlich aber dann würde ich sagen runter zum cashfish oder da müssen wir mal gas geben weil die haben ja direkt dahinter einen ausgang genau also gibt es nur noch das team da unten und das team da oben also dürften eigentlich keine spieler mehr sonst treffen beide sind sie direkt an den ausgängen ist das kacke ich hoffe die spielen jetzt auch opfer geht sowieso daneben ok jetzt wissen wir auf jeden fall dass wir da sind ist schon einer kacke einer steht draußen der musste mich jetzt vergift diese blöde kuh da kann ich auch mal mein kopf raus gucken lassen angeschossen jetzt focus da guckt schon wieder einer aber keine ahnung hier drüben irgendwo da kam der schuss her naja ich aber ja ich weiß nicht wo aus dem fenster ich sehe sie nee draußen die ist reingehängt hast du da eine schöne falle hingeworfen carsten äh nach hier nee weil da die leiche nicht mehr irgendwie ach oder hier hat einer gift hingeworfen jetzt kann ich da nicht hochglädern hat den nächsten wurde eine wiederbelebt ne ne da liegt er unter dem starre draht ok ich sage ihm noch einen was war denn mit dem alter auch nicht in ordnung ich hatte gedacht weil er bajonett hat genau hier drunter der hat looky looky gemacht ist der unten ist einer noch drinnen ja dürfte einer was von euch nein das ist der dann war das der boah was für ein dreck ey polit der britt mich direkt ab das ist ein arschloch das kannst du noch nicht du musst ja wenn er dröscht ist hat ne winfield silent ok kann man da jetzt reingehen nein da ist alles voller stacheldraht deswegen bin ja gestorben ich meine wegen der explosion grad ist die falle ausgelöst schon ich sterbe ich sterbe ich der ist hier unten unter uns unter uns ist was mhm naja jetzt höre ich es auch unter dem karsten unter dem karsten dieser dreckstyp ey alter willst du mich verkack eiern ich verkack eiern boah ey unter matzauern am besten sie hat oben die scheißheißfass angeschossen und dann bin ich dann gestorben ey da hab ich das aushilfen dabei treff dir nur einmal zum glück weißt du noch da hat einer dynamit warte geht mal weg hier ich mach das mal platz hier ich hab das dynamit verbraucht alter lauf doch der boss lebt wieder ja der wollte auch mal sein hä kein stachelbrett geht das gar nicht mehr damit weg oder was eigentlich schon ich hab voll drauf geworfen ihr habt ja auch gesehen das tier explodiert oder ja aber pass auf da ist auch gift ist hier ein medic pack habt ihr die trophäen aufgehoben ich hab eine ich hab auch eine ich hab auch eine hast du hier irgendwo ein medikit gesehen äh hinten am hundezwinger weiß ich da ah ok dann geh ich ah fuck da ist schon wieder gift ah ich leg mich davon wenn ich falle geh ich da grad mal hin ah hier ist auch oh der hat eine schöne windfield mhm will ich haben oh ich sehe fast nix mehr ich bin so rot hast du ihn jetzt erledigt ja ja auch ehelich ich will dich entführt haben boah ja dann nimm wolltest du die haben würdest du es auch mal nehmen ja dann nimm sie ja brauche noch jemand medikit nö ich will auch grau noch jetzt ab ja die andere sind ja auch schon raus alter ich hab schon wieder eine gegen gift spritze bekommen von zwei typen die ich grad gelootet habe hier war jetzt eine bb ja perfektes timing mhm ja ja also ich sag mal solche herrlichen szenen hast du halt in keinem anderen also schon gar nicht im Wailerrand oder wie dieses scheiß Ding heißt ne was meint ihr hast du gerade so schöne szenen in der einen hütte wo sonst nie was passiert wo sie jetzt die Welt getroffen hat ja was machst du jetzt als sonst wo man sie sonst naja dieses dieses Wailerrand was die jetzt alle so zocken wo die alle so übelst scharf drauf sind den Wailerrand achso so ein neuer eSports Hoffnung da ah das von äh von von LOL von Leads of Legends ja genau ja so ein 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 hat jemand medikit gesehen ich bin ja auch schon halb tot äh ja hier vorne nein ich hab keine mich mit so einem stachlichen da angelegt hier ah prima Matze hast du eine Dingsbombe dabei ja ja hat er so schön lasst mich rein ich hefte es ihm an Entschuldigung hast du schon nein nein hab ich nicht achso ja ja man er fährt erstmal noch eine stunde rum nein er hat sich geduckt dieses dumme Arschloch und hat mir blut ins Schatten verpasst den musst du immer mittig werfen hatte ich auch schon ein paar mal boah du darfst dich zu niedrig werfen dann gehst du durch und dann und nicht zu hoch dann gehst du rüber er hat mir schon mit dem Blutungsschaden verpasst man muss gar nicht so lange warten also man kann ja anzünden zack direkt werfen mhm hier liegt doch ein Hammer wenn einer will ich muss ja freuen sich ein Fall ist fast weggebrannt warte ich nehm den Hammer Idiot ich hatte Kakerlacken im Auker wo war der Hammer hinten alle Stahltüren achso da jetzt ja das war's oh Pascal hat an eine Falle gedacht oder ja ist doch klar ich bin in der Kader getreten cool was sind denn das Bounty da hinten irgendwo mach doch einfach Sicht dann weißt du es schade dass keiner vorbei kam ja vielleicht kommts ja dazu fangen unsere Eche ab oder so aber da sind die haben ja einen Ausgang da oben Blank Prinerie das schaffen wir nicht mehr auch ne aber du weißt ja nicht ob da Gegner sind mhm so ok ich guck jetzt mal ich seh gar keinen einfach mal null war zu weit weg ja wahrscheinlich noch hier ist echt scheiße anzugreifen hier ist keine Deckung kannst du gleich nochmal gucken jo er hat gar keine Sicht verballert was ist denn jetzt passiert soll ich jetzt schon gucken aber noch mehr ja da sind wir echt vier fünf Leute sind da wo ja alle da alle da so in der Richtung hinterm Haus überm Haus unterm Haus unterm Haus volles Haus einfach voll ich geh mal rüber von hinten ja wir müssen irgendwie da so angreifen wo wir ein bisschen Deckung haben ich werd nochmal gucken vier Leute einer da und drei irgendwie da drin ach da guck mal da guckt der ja schon und Kopfschuss ach man da hüpft der einmal hoch das tut mir natürlich leid hast du auch gesagt einer ist auf dem Dach ja obendrauf so meinst du hier bei denen die pushen die pushen die pushen die pushen hat einer was zum werfen da da läuft sorry ja der wurde wiederbelebt der wurde wiederbelebt ja der wurde leider wiederbelebt kann einer töten hier boah jetzt die Halt ja okay komm mal näher ach ach du hast ja sorry du hast ja Scharfschütze ja du kannst ruhig weiter weg bleiben wir müssen den Typen hier killen schmeißen die schon wieder um zum Drecks hat einer ein Leuchtfeuer oder sowas ne ne ich hab nur Wurfmesser dabei da ist er tot kannst du noch mal gucken wo die alle sind also ich hab jetzt gerade nur alle da drin gesehen erdgeschoss erdgeschoss ne da hinten war einer okay die waren außer Sichtweite das ist ein zweites Team also meinst du da hinten ja ne ne im Coupon hier im anderen Haar ah ok schon drinnen da geradeaus in der Hütte da ey pass auf da vorne liegt ne Bärenfalle in dem mhm du ich gerne danke dass du das gesagt hast ja so ich guck auch nochmal ne die sind drei Leute hier ist liegt einer tot dass einer noch ne Tür aufgemacht pass auf hier ist ne Bärenfalle pass auf hier ist ne Bärenfalle pass auf hier ist ne Bärenfalle pass auf links einer von uns ist einer hier links ungefähr 90 hier hinter ist der hinter dem Silo Ding oh da hinten war auch noch ne Tussi ja wo hinten bei den Waggons da ah da vorne irgendwo jaja ey schieß der von drinnen raum von da drinnen oder was da da sind Koppong und da hat mich ja ah ja ab ein schön schön da sind noch zwei die gucken grad die sind da hinten wo das Tor immer wo das pass auf Tommy wo liegt der Tod hier hinter dem da hier hinter den Kisten war der one dead einer nur noch da hinten oh da ist auch noch einer hinter dem in dem Haus einer nur noch hier hinten der drinnen ist noch einer der letzte ne Lady hast du die erschossen? nein die lebt noch alter die hat aber auch zwei Hits abgekriegt von mir ich hab die angeschossen ihr könnt die pushen ich muss kurz nachladen ich hab nur noch rechts wo ist die? ja wo ich gestorben bin rechts der hat Fächer ne? mit Kettenpistole ja der hat sich wieder geheilt ich könnte heilen er könnte mich wieder aufstehen gib ihn mal auf ich gib dir der kommt oh ah ok hat den Hits angeschossen jetzt könnte er wieder wohl einfach mal versuchen die hat ja auch bald keine Heilung mehr mhm ja oh ah oh fuck vitamin c ey voll der Endgegner hier wa? habste ach man hier war doch kein Endgegner oh ey hier liegt der Mosin und der Uppercut hab ich alles selbst ich auch hier liegt noch ein ja hier liegt noch ein Uppercut und Dings schwarz das ist so viel ey auch wieder ne Mosin Uppercut nicht schon wieder ne ey ihr könnt beide die erstmal looten ich hab ja ja dabei ich kann dann zum Schluss ok ich nehm mal den Clou hier Bounty guck nochmal ne jetzt kann er mit da haben wir am Anfang auch schon welche gekillt? nö nö wo waren wir überhaupt am Anfang? was haben wir gemacht? ach ne wir haben wir an den Boss gelegt Eisenhütte Eisenhütte stimmt nö nö